Soll ich lieber zu Jum'ah laufen und etwas später kommen oder schnell sein, aber nicht den Lohn bekommen? Natürlich, du sollst vor dem Imam sein zu Jum'ah. Und wenn du weißt, wenn du schnell läufst und du kommst zu spät, aber du nimmst einen Bus oder Zug oder Auto und du kommst vor dem Imam, dann nimm das. Allah wa alam.